Die Olympischen Sommerspiele 1952 fanden im finnischen Helsinki statt. Andere Kandidatenstädte waren Los Angeles, Minneapolis, Detroit, Chicago, Philadelphia und Amsterdam. Hauptwettkampfstädte war das Olympiastadion in Helsinki. Nach einer Absage für die Spiele vier Jahre zuvor nahm die Sowjetunion wieder an den Spielen teil. Auch Mannschaften aus Japan und Deutschland durften wieder teilnehmen. Helsinki hatte sich bereits für die Olympischen Sommerspiele 1940 beworben und erhielt den Zuschlag, nachdem Tokio diese wieder zurückgegeben hatte. Bedingt durch den Angriff der Sowjetunion und den Zweiten Weltkrieg mussten die Spiele jedoch abgesagt werden. Herausragende Sportler Der Läufer Emil Zotopek aus der Tschechoslowakei stellte einen noch heute gültigen Rekord auf. Nach ihm gelang es keinem anderen sowohl über 5000 und 10.000 Meter als auch im Marathon eine Goldmedaille bei denselben Olympischen Sommerspielen. Zu erringen erfolgreichster Sportler war der sowjetische Kunstturner Viktor Tschukarin mit vier Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen. Punkt. Teilnehmende Staaten Sonstiges Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen wieder deutsche Sportler an Olympischen Sommerspielen teil, allerdings in zwei Mannschaften, einer deutschen und einer saarländischen Mannschaft. Die deutsche Mannschaft kam jedoch ausschließlich aus Westdeutschland, da die DDR-Offiziellen den IOC-Beschluss zur gemeinsamen Beteiligung noch ablehnten. Die deutsche Mannschaft war unter der Leitung von Siegfried Perey an der Marinesportschule in Flensburg-Mürwig trainiert worden. Das letzte Mal, dass die Schule eine wesentliche Rolle in der Vorbereitung zu Olympischen Spielen besaß. Während der Spiele wurden sieben Silbermedaillen und 17 Bronze-Medaillen errungen. Jedoch zum ersten und bisher einzigen Mal bei Sommerspielen keine einzige Goldmedaille. Zum ersten und letzten Mal nahm das damals noch unter französischem Protektorat stehende, aber autonome Saarland an den Spielen teil. Es wurde zwar keine Medaille gewonnen, aber im Jahr 1956 konnten Saarländer dann schon zu gesamtdeutschen Erfolgen beitragen. Auch Japan nahm erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder an den Olympischen Sommerspielen teil. Den einzigen Olympiasieg für Japan errang der Ringer Shoahashi im Band am Gewicht. Zudem gab es noch sechsmal Silber und zweimal Brosse für Japan. Zum ersten und bisher einzigen Mal gewann Luxemburg eine olympische Goldmedaille in einem olympischen Sportwettbewerb. Erstmals überhaupt nahm die Sowjetunion teil und belegte gleich den zweiten Platz im Medaillenspiegel. Auf politischen Druck des sowjetischen NOK wurde eigens für die sowjetischen Sportler ein separates olympisches Dorf eingerichtet. Während bei den olympischen Spielen 1948 in London noch eine gesamtkoreanische Mannschaft antrat. So wurde Korea diesmal ausschließlich von südkoreanischen Sportlern vertreten. Südkorea errang zwei Bronze-Medaillen. Ganz ohne Medaillengewinn blieben alle übrigen debütierenden Länder, Guatemala, Indonesien, Israel, Goldküste, Nigeria, Thailand und Vietnam. Carlo Pedersoli, später als Bud Spencer bekannt geworden, nahm ebenfalls an den Spielen teil. Er schied allerdings schon im Vorlauf beim 100 Meter Freistil Schwimmen als Fünfter aus. Am 3. Februar 1952 hob die finnische Regierung den Visumzwang für Teilnehmer und Besucher der Sommerspiele 1952 in Helsinki auf, um den Olympiatourismus zu erleichtern. Punkt. Wettbewerbe. Insgesamt wurden 149 Wettbewerbe in 17 Sportarten ausgetragen. Im Vergleich zu London 1948 kamen 13 Wettbewerbe hinzu, 6 Turn-Wettbewerbe für Frauen, 3 weitere Wettbewerbe im Schießen, 2 weitere Gewichtsklassen durch eine neue Einteilung im Boxen, 1 weitere Gewichtsklasse durch eine neue Einteilung im Gewichtheben und der Mannschaftswettbewerb im modernen Fünfkampf. Demonstrationssportarten, Handball auf dem Großfeld mit elf Spielern, Säpfalo, finnische Baseball-Variante.